Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Ich herzlich willkommen zu den neuen Video auf dem Kanal Sandy. Und wie ich den Titel gelesen habe, zeige ich euch heute meine komplette Gaming-Kollektion von den Teilen, die noch nicht gespielt wurden. Plus ein Nintendo Switch-Spiel, das neu in der Kollektion ist, aber dazu später mehr. Ich habe zwei Nintendo Switch-Spiele, zwei 3D-Spiele und natürlich ein neues Nintendo Switch-Spiel, also sind es insgesamt drei. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit den Nintendo Switch-Spielen, äh, mit den Nintendo 3D-Spielen an. Und für die, was es interessiert, ja, ich war heute ein bisschen unterwegs und habe auch noch Kopfhörer gekauft für 10 Euro. Für die, was gute Kopfhörer suchen und jetzt nicht so teuer möchten, das sind extrem gute Kopfhörer. Also wirklich, das ist jetzt mal das zweite Mal, dass ich sie kaufe und ich bin extrem begeistert. Meine sind leider kaputt gegangen, weil ich sie mitgewaschen habe. War vielleicht nicht das Schlauste. Nun, zu den zwei Switch-Spielen, äh, zwei 3D-Spielen werde ich gar nicht so lange labern. Die kennt ihr von meiner Kollektion, deswegen gibt es noch ein kurzes Overview, also eine Überanschauung, beziehungsweise von den Switch-Spielen ist es genau das Gleiche, außer von dem Neuen natürlich. So, das erste Game, was ich hier habe, nennt sich Hey Pigment. Ich habe dazu ein Video hochgeladen, wo ich euch das gemeinsam mit Gehirntraining, Diabolisches Gehirntraining Dr. Kawashima gezeigt habe und, ja, das Spiel habe ich für einen Euro gekauft mit Dr. Kawashima. Beides einen Euro bezahlt. Der Hauptgrund, wieso ich dafür, äh, beziehungsweise wieso ich das noch nicht gespielt habe, ist, ähm, ich habe noch einige Spiele auf der Nintendo Switch, die ich auch noch nicht gezockt habe. Damit habe ich es jetzt angefangen, beziehungsweise hier im 3Dest, dazu kommen wir zu Switch später. Beim 3Dest ist es so, ich bin ein extrem großes New Super Mario Bros-Fan und Bros-2-Fan. Ich habe die Spiele jetzt erstmal wieder komplett neu durchgezockt und das Spiel ist so, ich habe Gameplay dazu gesehen, ich habe auch gesehen, dass es Hey Pigment 3 gibt für die Switch, aber ich hatte weder Zeit noch Lust, dieses Spiel zu beginnen. Wollt ihr ein Gameplay dazu sehen? Lass es mich wissen, dann bekommt ihr das natürlich. Als nächstes Game haben wir hier Fire Emblem Shadows of Valentina Echeos. Dieses Spiel und das Game von davor müsstet ihr bereits gesehen haben in einem anderen Video von mir, wo ich über meine komplette Kollektion geredet habe. Ja, gleiches Ding wie beim anderen Spiel, keine Zeit gehabt, übrigens 20 Euro bezahlt. Ähm, ja, ist nicht so schlimm. Und wenn ihr ein Gameplay dazu sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Jetzt kommen wir zu den drei Switch-Spielen. Das erste Spiel nennt sich Travis Strikes Again No More Heroes Inclusive Season Pass Glasshopper Manufacture. Okay. Das ist ein Spiel, das habe ich bei Mediamarkt gekauft, auch um den Dreh um die 10 Euro, vielleicht 15, ich weiß nicht mehr auswendig, habe ich schon so lange. Und hier oben steht, Travis meldet sich zurück mit Stil. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ich liebe den Fokus dieser Kamera. So sieht das Ganze aus. Ja. Also man kann es zu zweit spielen. Ähm, ich habe das damals gekauft. Fokus, Fokus. Weil auch das Spiel extrem günstig war. Ich habe das um 20 Euro oder was bekommen und habe es noch nie gezockt, weil, ähm, zur Zeit bin ich entweder extremst viel am PC am Zocken oder ich zocke auf dem Nintendo 2 DSXL, wie ihr auch die Spiele vorher gesehen habt, und belasse es dann. Auf der Switch spiele ich hauptsächlich Mario Kart 8 oder, ja, vielleicht das neue Spiel, das ihr im Nachhinein sehen werdet. Als nächstes Spiel habe ich hier Grand Theft Auto The Trilogy. Dem Spiel habe ich ein ganzes Video gewidmet, deswegen gehen wir nur ganz kurz drüber. Das ist das vorletzte Game, das ich hier habe. Ähm, Grand Theft Auto The Trilogy. Ähm, GTA. Ich glaube, jeder kennt GTA. Und das Spiel hat zum Zeitpunkt, wo wir es gekauft haben, beziehungsweise ich es gekauft habe, 60 Euro gekostet. Ich habe es geschenkt bekommen, habe es nicht selbst bezahlt. Die anderen Spiele, die ihr hier seht, habe ich selber bezahlt. Das Cherry Strikes Again, Fire Emblem und Hey, Pikmin habe ich selbst bezahlt. Und das neue natürlich auch. Ähm, ich habe es noch nicht gezockt. Ich habe, äh, noch keine Zeit für Grand Theft Auto gehabt. Es liegt seit, glaube ich, sechs Monaten. Ne, vier Monaten oder was. Bereits in meinem Schrank. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Ich habe dazu ein Video hochgeladen. Ich muss jetzt nachschauen. Ich sitze gerade nicht vor dem PC. Und, wie gesagt, ich hatte das Spiel noch nicht angezeigt. Ich hatte noch keine Zeit, auch keine Lust, ganz ehrlich. Wenn ihr ein Gameplay dazu sehen wollt, lasse ich mich in den Kommentaren wissen. Oder generell von irgendeinem von dem Spielen. Und, falls ihr das Spiel selbst tagt, weil es ist ja eine Kombi von Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und San Andreas. Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, welches von den drei habt ihr gespielt, falls alle drei gespielt habt. Welches ist euer Lieblings-GTA? Und ist es auf der Nintendo Switch, diese Trilogy, gut? Oder sollte man es sich doch lieber für die Playstation oder Xbox kaufen? Beziehungsweise für die Playstation. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt, Trommelwirbel bitte, das neue Spiel in meiner Kollektion ist Metroid Prime Remastered. So, das ist das Spiel, das ich genau heute gekauft habe. Und hier steht 40 Euro. 40 Euro Remastered Metroid. Ist auch versiegelt, man sieht es auch ganz gut hier. Genau. Samus Kampf ist noch lange nicht vorbei. Erkunde und Überlebe für Nintendo Switch optimiert. Gleichgängige Steuerung in verschiedenen Spielweisen. Genau. Das ist auf jeden Fall das Spiel, das ich heute gekauft habe. Deswegen ist auch das Klebeding nach oben. Und der Hauptgrund, warum ich das gekauft habe, ist, ich habe gesehen in letzter Zeit, dass diese Gamecube-Metroid-Spiele extremst teuer sind, wo ich noch immer probiere, meine Hand drauf anzulegen und ein Metroid-Gamecube-Spiel zu bekommen. Ähm, und wenn es das für die Nintendo Switch gibt oder zum Beispiel für ein 3DS, für ein 3DS gibt es sie ja auch, und es ist ein Preis, wo ich sagen kann, es ist okay, 40 Euro sind jetzt nicht so schlimm, dann nehme ich das natürlich mit. Würde jeder von euch, oder nicht? Und das Spiel bleibt auch so. Entweder, dass dieses Spiel bleibt so lange versiegelt, bis ich es selber spiele, oder, ähm, wartet, wartet kurz. Oder halt versiegelt für immer. So, ich hasse, dass man das oben kleben bleibt. Das ist dann so. Aber ja, das ist das neue Spiel in meiner Kollektion. Findet ihr, dass die 40 Euro übertrieben sind? Hätte ich es günstiger kaufen können. Findet ihr das ein gutes Spiel für die Nintendo Switch? Oder doch lieber für andere Geräte? Beziehungsweise hätte man es auch auf älteren Konsolen kaufen sollen? Weil, soweit ich weiß, gibt es Metroid ja nur für die Switch, für den Gamecube. Und ich glaube für ein 3DS, aber das weiß ich leider nicht auswendig. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt jetzt in die Kommentare, welches von den 5 Spielen ist euer Lieblingsspiel und hättet ihr geholt? Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wo ich euch meine Kollektion von Spielen zeige, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert gern kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von meinem Kanal verpasst. Und hier rechts oben findet ihr mein letztes Video und darunter eine Playlist von Valorant natürlich. Und beim i-Punkt findet ihr noch ein anderes, findet ihr das Video zu meiner kompletten Gaming-Kollektion. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, angenehmen Tag. Erholt euch gut und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.